so freundin der nacht weiter geht es jetzt mal ein bisschen hier ist oster stau durch die den zug werden wir das doch mal anders bauen und das wird jetzt mal durch und dann und wir bauen hier die straße hier unten weiter und dann hier eine brücke drüber jetzt Dann können wir hier noch ein Büro hinstellen. So, und jetzt lässt sich auch der Verkehr hier langsam auf. Goodie! Haben wir doch hier noch was? Ne. Passt. So, hier entwickelt sich auch alles prächtig. Dann füllen wir das hier alles mal mit Bäumen aus. So, das ist ganz schön groß. Und die sind für kleine Bäume, fuck. Nehmen wir mal die größeren hin. Geht das auch ein bisschen besser. Hier rein, aber noch ein paar. So, wo haben wir noch? Hier haben wir noch. Dann haben wir noch halb. Und hier haben wir noch ein paar rein. So, dann hätten wir das. Ah, hier fehlen noch welche. So, wenn wir so in die Autobahn, also in dieses Feld hier reinbauen. Dafür brauchen wir Straßen. So, jetzt geht das hier erstmal weiter. So, wenn wir jetzt noch mal. So, jetzt geht das hier. So, jetzt geht das hier. So, jetzt geht das hier. Hier ist es noch mal. So, jetzt geht das hier. so wunderbar und das geht jetzt einfach mal runter aber dann brauchen wir hier so ne kurve dran so hier lang und hier so dann reißen wir den weg hier wieder ab und ersetzen ihn durch einen hohen so das hier dazwischen das lasse ich so wie es ist da werde ich dann ein paar bäume hinpflanzen jetzt geht es einmal rüber zu reinigen was ihm gut aussieht und einmal hier so nochmal runter so dann machen wir es hier drüben auch noch so dann sieht das gut mit hier noch und das geht dann hier rüber gut dann alles wieder mit dem wasser auffüllen einmal hier rum dann hier wieder zurück und hier dran oh das geht eigentlich nicht so Gewerbegebiet groß einmal hier dort da hier machen wir kein sinn weil es nur so eine straße sein soll so eine zufahrtsstraße hier dort und dann hier ein paar kleinere so dann brauchen wir eine Buslinie weiß fährt schon ewig viel denn so wir kommen hier eine neue so geht hier rum da lang dort rein aber hier wird hier rum schauen hier hält sie noch mit hier halten da gegenüber halten hier durch die Landschaft und kommt hier zurück. Ja. So. Dann gehen wir dir noch in eine andere Farbe. Und zwar wird die grün. Dunkles Grün. So. Und ein neues Futter. So. Darf ich nicht. Wie lang. So. Alles schön ausmachen. Zug. So. Die Augenhügel. Die kriegen noch ein paar Richtlinien. Und zwar. Schon mal. Kriegen die einen Steuererlass. So. Dann entwickeln sie sich ein bisschen schneller. Und dann noch Großunternehmer. Wohl. Täter. Dinge. So. Jetzt ist hier auch. Haben wir hier irgendwas. So. Hightech-Wohnhäuser haben wir schon. Eilpark. Auch das. Die Ringstraße hier funktioniert auch. Schau mal wie es hier mit dem Verkehr aussieht. Das sieht gut aus. Hier schaut es auch bis auf jeden mit dem Bahnhof super aus. Und hier in der größeren Stadt. Naja. Ein bisschen mehr Stress. Aber schaut auch gut aus. Und hier kommt ein Zug nach dem anderen. Dann. Hier wollte ich hier noch Bäume hinmachen. So. Jetzt sind wir schon bei knapp 56.000. 57.000 Einwohner. So. Mal gucken, ob es irgendwann mal ein Limit gibt für die Bäume, die man hier pflanzen kann. Dann werden wir, denke ich mal, die Stadt nach hier unten so erweitern. Die Straße hier werden wir weiter breiter machen. Ähnlich wie die. So, dass die sich hier dann bis kurz zu dem Kreisverkehr hinzieht. Und, tja. So, hier ist ja auch ziemlich auf dem Verkehr. Wir machen mal alles ein bisschen langsamer. Und dann schauen wir einfach mal ein bisschen. Oh, nee, den Brenz. Schauen wir einfach mal ein bisschen auf den Kreisverkehr. Und das Gewusel. Und hier ist extremer Zugverkehr, finde ich. Aber ist schon cool, wie jetzt hier der Zug und dann hier hinten über die Brücke drüber. Und da kommen sie. Und überall brennt es. Also hier brennt es. Da hinten brennt es. Ah, die haben keinen Strom. Es fehlt uns an Strom. Wo ist hier des Stromzeugs? Ah, weil die Schei... Weil der Mist brennt. Oh, da sollten wir dann doch mal eine Feuerwehr hinstellen. So. Dann machen wir einfach mal das hier weiter. Dann können wir da ein paar Servicegebäude hinstellen. Die haben natürlich wieder Kaltwasser. Wasser sollen sie bekommen. Zack. Jetzt mal noch kurz gucken, wo die Feuerwehr bleibt. Ah, da sind sie auch schon. Hat es mir zu viel Sonnenenergie gegeben. Und jetzt wird es gelöscht. Danach haben wir wieder genügend Strom, denke ich mal. So, nächstes Feuerwehr-Auto. So, gelöscht. Und da oben noch. Auch gelöscht. Sieht ganz schön ramponiert aus, jetzt so. Da kommen noch ein paar. Aber... Es hat gereicht. Dann schauen wir mal, ob wir gleich noch eins hinsetzen können. Das war hier eigentlich noch ein Atomkraftwerk. Das brauchen wir auf dem Wasser. Aber wollen wir mal ein Atomkraftwerk bauen? Ich glaube, wir wollen... Wie tausend ist das eigentlich? Achttausend im Unterhalt. Eieieiei. Aber es hat 640, was? Also so viel, wie wir gerade mit zwei erzeugen. Und das hat 260. Naja, wo ist man so eine Dinger? Danach kann ich mal sie immer noch abreißen. Das reicht jetzt nicht, weil es zu eng gebaut wurde. So. Und dann können wir das hier mal kurz abreißen. Das verschieben mal... Ha, passt perfekt dahin. So. Und dann das. Das geht in die Ahnung. So. Ausgezeichnet. Jetzt wollen wir natürlich wieder... Ja, das reicht. So, brauchen wir hier noch ein bisschen Wasser hin. Zack. Oh, schick. Und jetzt haben wir wieder genügend Strom. Wasser brauchen wir mal ein bisschen noch. Also, hier sollte ich aber keins mehr hinstellen, denn das wird hier schon langsam leer gesaugt. Wie man sieht, kann man hier schon den Boden sehen. Deswegen... Machen wir das ein bisschen weiter oben hin. Und zwar hier. Zack. Und das wird jetzt hier einfach an das Wassernetz angeschlossen. Gibt es hier irgendwie gerade? Ne. So. Stromnetz haben wir auch. Das ist nicht Stromnetz. Da ist das Stromnetz. So. Und schon haben wir wieder genügend Trinkwasser für unsere Leute. Und dann, denke ich mal, bauen wir unsere Stadt weiter. Die Autobahn haben wir hier noch. Dann machen wir mal ein kleines Upgrade. Und das hier. So. Da sind jetzt hässliche Ampeln. Naja. Also jetzt. So. Dann geht es hier auf der anderen Seite wieder runter. So. Und hier auch. Wobei, wir nochmal kurz... Das wollen wir ja mal ein bisschen begradigen alles. Deswegen ziehen wir erst mal hier so ein Ding hoch. Rüber. Oh Gott, oh Gott. Ja. Wie mache ich denn das jetzt? Also. So. Mal gucken, ob das reicht. Oder ob das zu eng ist. Beziehungsweise hätte ich jetzt andersrum machen müssen. So. Ja. So, dann. Strommassen. Theoretisch könnte ich die auch mit der Autobahn machen. So. Haha. Das funktioniert. Okay. Jetzt muss ich hier nur noch ein höheren. Na. Na. Das funktioniert nicht mehr. So. Da. Was sollst du nicht da dran? Dings. Okay. Na gut. Na gut. Ähm. Ach wohl, das ist Mist, was ich hier mache. So. Dann reißen wir das mal ab. Zack, 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 zack. Und da. Und da. Und da. Und da. Und da. Dann kommen wir ein bisschen höher. So. So. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018